ok das immer wieder übrig also die entwicklung machen ja ich krieg es ja dann korn ne kümmer jetzt habe es eine kümmerung ist eigentlich vorne das also zu sichern naja dann kriegst du korn ne korn ist hinten das am lauf vorne denke ich mal also warte mal korn ist das was immer rausguckt also was damit ja was vorne mit auf ist oder hinten das wollen gerade so nice zombies ja jetzt geht ja übel jetzt ab ja irgendwie fast eingeklackt alter fast verreckt so viel damage gezogen so sitzen tausend bräume oder 34 ich kann sie bissel einfach rein rattern man sogar und ja ich habe nein das ist ja nichts da kann dann bissel kann ich auch mit amorten oder ja zombies bauen kann mich so farne so klären Ich krieg trotzdem noch Schaden mit Granaten. Hä? Ja. Nee, scheiß Zombiespawn, scheiß Zombiespawn, ein ... Out of Map? Du? Was? Ja. Wollen wir gar nicht zu dir kommen, oder? Ich wurde, ich wurde rausgepuncht. Ich kann schon wieder kotzen, Alter. Da ist ja wirklich ein Zombiespawn, der gerade so spawnt. Blockiert wirklich den ganzen 180 Grad. Bei mir auch, bei mir auch, bei mir auch. Bei mir auch gerade, Alter. Pass auf, bitte. Du bist gestorben, deswegen. Schon drei Hits eben wegen dem kommenden Zombiespawn bekommen, ey. Schieß am besten nie zu viel. Mach 10 Schuss oder so und sowas. Nee. Ich bin jetzt Olli und Train jetzt die ganze Zeit. Neu, wie es von außen anhört. Dann wird Schall gedämpft. So muss das sein. Das war eigentlich ein Fehler. Kann sein Weil jetzt sind es schon fast die letzten Das war neulich Stopp Was ist die Wahrung? Die anderen Dinger kann man übelst gut raufglitschen, weil es den Trick machen gar nichts Nein, das ist dadlich Nicer riser So, was ist die Wahrung? Wollen wir jetzt verwaffen? Auch hier? Ich krieg irgendwie Nackenschmerzen Könnte ich auch in die Box gehen Alter, ich gehörte Alter, ich krieg Schaden die ganze Zeit Alter, das war jetzt übelst unreal Ach komm So weit weg ... ... ... ... Break an! Wow! Kommt die jetzt einfach mal her. Oh, es sind die Ärmeren. Warte, einfach eins. Irgendwann geht's dein Fahrzeug. Nämlich auch. So, jetzt habe ich hier 20.000 Punkte. I fucking hate this! Schon Runde 22. Jetzt könnte ich eigentlich vier Stieflauber gebrauchen. Das habe ich eine Rage oder nicht? Das bringt nichts. Vielleicht hat das nur bei Kvanaden nicht gemacht. Näm. Warte, kill man jetzt noch nicht. Lass das mal untrainen. Dann nehme ich Double Punch. Oh, fuck. Kommt die denn alle her? Alter! Ich glaube, ich 7-Up. Oh, jetzt. Warte. Warte, kill man jetzt noch nicht. Ich könnte mich jetzt hier nicht stoppen. Ich könnte mich jetzt hier nicht stoppen. Ich bin drüber gesprungen. Trotzdem bleibe ich hier. Nein, ich wurde den Nuke nicht. Ah, Mann. Was ist denn gesprungen? Nein, ich werde den Inch der jetzt auch noch. Aaaaaaah Tutsch 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 Ich gehe mehr Muss ich wieder 1G weiter sprayen Boah das war auch wieder lucky Bei dem sagen soll ich rein sprayen? Das ist ein bisschen verdächtig aus Einsam wie konnte ich gerade sagen wenn der Raygun nicht sprayen? Tutsch Soll ich dann gleich aufkaufen oder? Äh Ja Weil die Map die Die provoziert einen Ja Kannste dann kaufen Ich mein ist dann cool so mit Eastlake und so war nicht eigentlich nicht schlecht Aber das Mapping und so Ist mir gerade gar nicht so gefallen Und gerade die Zombies spawnen So an manchen Stellen Wo kommt der denn her? Ich bin klar sollen die Zombies nicht da spawnen Alle in einer E-Spawn aber Die können schon ruhig mal irgendwie 1-2 Spots im Weg sein aber hier gibt es ja so viele Spots wo die einfach nur ein wenig spawnen Was kommt da hinten? Was kommt da hinten? Was kommt einfach mal ein random Ding da einfach Ganz irgendwo anders Ganz irgendwo anders Ganz irgendwo anders Ganz hinten, lol Die Zombies rennen jetzt immer wieder dahin Erst Jetzt Jetzt Auch Und Jetzt 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 Geh Du Auch Aber Du Ja Du 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 Das ist aber noch relativ stark angeht. Wo kommt denn die Barsuch wieder her, als ob da jemand traint. Ich hab keine Ahnung, nehm mich immer selber damit an. Wo, von hinten, Bitches. Jo, ich grabe sie scheiße, also gut, ich fand die Map, ich fand sie eigentlich ok. Wie gesagt, nervt halt ein bisschen und so, ne. Ich verabschiede mich schon mal. Denn wie gesagt, mein Game crasht ja immer die ganze Zeit. Also, man sieht sich, bye bye. Jawohl. Oh. 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 Oh.